hallo youtube hallo zocker hallo motorsport fans herzlich willkommen zurück hier bei nick frei zockt motorsport manager wir sind zurück hier in der fabrik wir bereiten uns vor auf ein nächstes rennen das in tondela stattfinden wird und tondela ist keine rennstrecke die wir bevorzugen aber gerade mal gucken hier team marktfähigkeit ja mit den fahrern ich habe mir mal gedanken gemacht also ich glaube wir behalten erstmal in das santa anna ich bin da sogar mal überlegen ob wir den vertrag verlängern sollen beziehungsweise wir warten die vier monate dies läuft noch mal ab vielleicht kriegen wir bei scouting ja noch irgendwie einen jungen fahrer der entsprechend gut sein könnte ja wobei die sind alle unter vertrag die hier viele punkte haben also wenn ich jetzt hier nur mal nach dem alter sortieren wer ist bei sevilla oder silver dingens unter vertrag 1,1 millionen wenn ich den vertrag breche also alle guten fahrer haben irgendwie einen vertrag das ist was was mich ein bisschen brustet dass du nicht wirklich einen fahrer kriegen kannst wo du sagst okay also versteht ihr es gibt kein schnäppchen zu entdecken habe ich das gefühl in dem spiel weil die ki also entweder muss sie nicht scouten ich weiß nicht genau wo trans liegt auf jeden fall holen die sich die fahrer so schnell guckst du nicht ich glaube wenn du wenn du wirklich gute fahrer kriegen willst musst du dein scouting ausbauen ich meine was wir hier unten scouten die sind mittlerweile auch alle älter manche davon fahren wahrscheinlich schon bald nicht mehr aber die haben alle einen vertrag wir scouten keinen der keinen vertrag mehr hat deshalb also es ist mir zu riskant ich weiß was ich mit meinen fahrern habe wir haben überlegen ob ich die beiden nicht einfach behalte ich wollte ursprünglich nicht aber aufgrund der tatsache dass ich andere aus dem vertrag auskaufen müsste und ich nicht ehrlich ehrlich gesagt nicht weiß wen ich da rausnehmen soll ich wollen wir können mal reingucken wo haben wir den rodriguez wird mir nämlich auch immer wieder geschrieben ach dass ich mir den rodriguez angucken soll hier der fährt mittlerweile world motorsport championship bei boa esperanza und ist 30 jahre alt ja das ist natürlich ein top fahrer warum man nicht lange drüber streiten aber sagt alles oder es ist einfach vorbei wir sind in der dritten saison hier wir gehen in die vierte wenn die saison rum ist die guten fahrer sind alle unter vertrag die guten fahrer haben alle ihre position warum sollen die zu uns kommen das problem ist dass die hier nach vornamen sortieren meine fresse ich habe das noch nie erlebt dass alle nach vornamen sortiert ich bessere chancen wenn ich nach den sternen suche als wenn ich nach dem namen suche ja weil wenn ich hier eine junster tür suche da heißt die mit vornamen da könnte man eventuell sogar glück haben noch fragen es will keiner von denen die interessant wären die sind alle schon in der asia pazifik alter kosten pro rennen 1,5 millionen wo haben die die kohle her um dem 1,5 millionen pro rennen zu zahlen im asia pazifik es gibt hier formel 1 fahrer die verdienen keine 1,5 millionen der ist besser wie de graf ja von den sternen her fährt in der ersten rennserien liga und verdient noch keine millionen und de graf verdient 1,5 millionen im rennen die wollen mich doch hier kirre machen oder alter schwede so wen haben wir hier den hatten wir uns rausgeguckt irgendwann mal 20 feedback max führe nicht ja aber wir brauchen einen fahrer der auch gewinnt ja wir brauchen nicht nur einen der am rennen teilnimmt und der kostet so viel um ihn als testfahrer einzustellen vor allem sein vertrag läuft noch ewig ne also ich glaube damit hat sich entschieden wir behalten einfach die fahrer die wir haben wir sind zwar nicht die besten aber wir sind besser wie das was wir kriegen können für den preis den wir jetzt zahlen so nächstes rennen haben wir mittleren spritverbrauch hohe reifen abnutzung 25 runden und wir fahren eine variante die sind wir glaube ich noch nicht gefahren die c variante sind wir die c variante schon mal gefahren tatsache tundella c sind wir schon gefahren sogar schon öfter hust ja ich kenne das nur als da hinten mit dem ecke nicht na ist egal so sind noch vier rennen ich mache einen tag weiter dass die reparatur abgeschlossen ist 12 tage dauert bis dieses getriebe fertig ist was wir dann hochpushen müssen wie sieht es aus 998 89 85 17 tage vom rennen ist es fertig wir machen vorsichtig weiter wir kommen zur abstimmung drei trocken wetter reifen also ganz im ernst das ist mir eigentlich egal so key wird club besucherin was fünf marktfähigkeit bringt und key wird der glaube wichtig wie passt denn das zusammen ich werde jetzt sehr gläubig gott will dass ich meine einzige einzigartige position nutze um den glauben weiter in die welt zu verbreiten und dann wird sie zur nachtschwärmerin bis 6 am morgen sind angesagt nachtclubs also irgendwie irgendwas ist buggy hier dass alles immer so geballt kommt wenn das unterschiedliche fahrer würde ich sagen okay so also wie gesagt die abstimmung ist mir eigentlich auch mittlerweile ziemlich wurscht wir haben mittlerweile drei stimmen wir enthalten uns trotzdem weil es ist mir egal ja ich fahre mit zwei weiter wenn wir drei reifen kriegen fahr ich halt mit drei reifen ist mir egal wir enthalten uns so dagegen ist der der enthält sich dafür ist der der ist dagegen mit einer stimme die ist dafür wer ist dagegen der ist dafür ist dagegen der enthält sich damit wird es abgelehnt aber es wäre mir auch egal gewesen ja das sind keine für mich entscheidenden dinge das hingegen schon ich komme langsam in eine position wo ich sagen würde dass punkte nur für die top 6 eigentlich sogar hilfreich wären für uns ich meine jetzt wo wir oben sind ja ihr versteht schon also die regeln im motorsport die werden sehr egoistisch gemacht genauso wie auf der rennstrecke auch gefahren wird sehr egoistisch und da sagt man sich dann ja also ich bin ja jetzt oben also wir kriegen die teile alle hochentwickelt von der leiste also von der haltbarkeit her bis zwei stunden vom rennen dafür brauchen wir hier nur noch zwölf tage nach dem rennen um die teile alle auf maximum zu bringen hier können wir langsam dann die neuen teile reinpacken dass wir die zum saisonende durchkriegen die leistung ja darum geht es mir ja so dass wir wieder ein fahrerscouting abgeschlossen gucken wir uns mal an wen wir da gescoutet haben morena moreno 85 hauptfahrer in der world motorsport championship 395.000 28 monate laufzeit ist leider nix ist ein paydriver oh ok wäre doch was aber der wird nicht zu uns kommen wollen ja ihr werdet es alle noch bereuen wenn ich mal in der formel 1 bin dann will ich mit euch auch nicht mehr so sagt ja weil das nur noch vier monate vertrag hast stall orders ach gott will überhaupt irgendwer zu uns was ist denn hier los so gleich ist die getriebeentwicklung abgeschlossen oder auch nicht klammer zu so das hier ist fertig können wir rausschmeißen dann packen wir da von der guten key den motor mit rein ihr seht schon jetzt wird sich das alles da raus zögern ich bin sogar überlegen ob ich da noch ein mannequin mit rüber gebe aber eigentlich können wir es uns nicht leisten wir müssen voll auf leistung gehen jetzt danke darauf habe ich gewartet so dann haben wir das teil hier fertig das getriebe ich glaube bremsen haben wir schon die höchsten ich glaube da geht nichts mehr oder wie waren das nehmen bremsen doch da haben wir die haben wir schon gebaut glaube ich oh gott keine liste bremsen haben wir schon gebaut 386 motor 380 getriebe 376 so ist einfach neues teil entwickeln aufhängung was können wir hier noch verbessern an der aufhängung zu der die wir haben moment bestes auto ja unser bestes auto hat diesen wert glaube ich mit dem weißen pfeil die leistung eines teils teilt sich auf in aktuelle leistung maximale leistung kann nur teil entwicklung erreicht werden auf fahrzeug bildschirm ja gut okay wie auch immer ich meine wir hätten ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe wir haben nur drei teile ja genau also wir können fünf punkte besser werden oder wir müssen komplett alles umbauen das heißt wir müssen einen neuen stoßdämpfer entwickeln also neue aufhängung entwickeln dass wir einen vierten slot kriegen dann können wir das ganze noch ein bisschen weiter pushen oder wir sagen bei 350 reicht uns weil wir haben die besten stoßdämpfer im feld es macht eigentlich nicht wirklich sinn das ding noch weiter wobei wir wissen nicht wie es nächstes jahr aussieht wir wissen nicht wie es nächstes jahr aussieht also wenn wir die chance haben warum haben wir die eigentlich nicht gebaut wenn ich mal doof fragen darf das sind 900 es sind 900.000 die ich ausgebe um den vierten slot zu kriegen macht keinen sinn das ist das macht keinen sinn immer noch 750.000 die ich bezahlen muss 375 aufhängung wir müssen sie auch noch hoch entwickeln noch durch entwickeln ich weiß halt nicht ob die zeit dafür reicht ich bin sogar jetzt schon am überlegen ob ich sagen soll fertig so 48 tage nach dem nächsten rennen was in elf tagen ist sollen die alle oben sein sehe ich das korrekt dann könnte es sinn machen doch noch eine aufhängung zu produzieren wir machen das jetzt einfach mal es ist mir jetzt wurscht dann kostet es halt geld so aber wir gehen jetzt aufs neue auto das heißt für uns ist der spaß hier durch machen wir wieder ein rennen asia pacific super cup wird gewonnen von flores das vor monroo floridi interessant kenne ich alle nicht so fahrerscouting wen haben wir sieht auch nicht schlecht aus ist aber auch nicht so der knaller also es ist so ein ist so ein mittelding auf jeden fall ist er nicht gut gelaunt ist aber auch nicht interessiert eine klasse tiefer zu fahren 99 99 97 75 kann das ding nicht mal auf 100 springen ich mache das jetzt mal ganz anders mach mal die 99 99 fertig dass die mal erledigt sind ja weil es nervt mich dass da so viele teile rumlaufen äh lungern und dann haben wir noch ein world motorsport championship rennen ich glaube ich muss heute muss ich es anders machen ey ich glaube die videos werden wieder zu lang kriegen kriegt wieder keinen fortgang so ich habe gar nicht geguckt wer gewonnen hat ich muss jetzt mal ein bisschen drauf halten hier es gibt ja nicht komm einfach nicht von der stelle so da ist die aufhängung fertig das heißt da können wir jetzt die finale letzte super duper aufhängung reinhauen das ist mir egal ey wir brauchen die teile für nächste saison ich will nächste saison will ich was reißen so 100 das ding raus so 100 das ding raus dann können wir jetzt das hier reinpacken das hier reinpacken das hier reinpacken das hier reinpacken und das hier reinpacken und können das einfach noch soweit steigern wie es halt irgendwie geht so das neue teil wird entwickelt in elf tagen haben wir dann eins was wir bei den anderen mit dazu packen und das ist halt noch die frage ob ich das wirklich rechnet ja das wird sich zeigen wird sich zeigen so dann wäre abreisen ich sage an der stelle dann mal danke fürs zuschauen hoffe es hat euch wieder ein bisschen spaß gemacht und ihr guckt euch das training auch an wo wir dann schauen wie wir uns hier auf der strecke schlagen werden und wie das ganze rennen dann am schluss ausgeht bis dahin noch viel spaß auf youtube noch viel spaß mit meinen anderen videos machts gut bis gleich bye bye